Also die Frage, was mache ich mit unvorbereiteten Studierenden, ist eigentlich eine Frage, die zu spät ansetzt. Die primäre Frage, die man sich stellen muss, ist, wie motiviere ich die Studierenden, sich vorzubereiten. Und es ist klar, man wird nicht erreichen, dass sich immer 100 Prozent vorbereiten, sondern man kann Verfahren einsetzen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich möglichst viele Studenten vorbereiten. Ein paar Sachen hatten wir schon angesprochen, also eine Aufgabe zu geben, deren Ergebnis mitgebracht werden muss. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die man machen kann, damit Studierende sich vorbereiten. Eine andere, die ich gerne einsetze, ist, insbesondere am Anfang die Studierenden zu erinnern. Das heißt, per Mail anzuschreiben und zu erinnern, dass es eine Vorbereitungsaufgabe gibt. Also in der ersten Sitzung sage ich Ihnen, zur nächsten Woche müsst ihr vorbereitet kommen. Am Nachmittag schreibe ich Ihnen eine Mail, heute Morgen, wenn ich da war, nochmal zur Erinnerung, das und das ist die Vorbereitungsaufgabe. Drei Tage später kommt eine Mail, nicht vergessen, das ist eure Vorbereitungsaufgabe. Ein Tag vor der Vorlesung, letzte Chance, wer nicht vorbereitet ist, jetzt. Also wenn ich als Erstsemester drei solche Erinnerungen bekomme und dann mich nicht vorbereite, muss ich wirklich hartgesotten sein. Und das macht man natürlich nicht jede Woche, sondern am Anfang, bis das Ganze ins Rollen kommt. Und das macht man natürlich nicht jede Woche, sondern am Anfang, bis das Ganze ins Rollen kommt.